ahoi leute willkommen zurück da sind wir wieder doch da geschaut gehabt wieso ist das schon wieder aus alter ok ja gut wir kommen zurück wir hier sagen land mit da müssen wir noch mal drüber das ding umbenennen aber machen wir jetzt vielleicht schon was nackes und schön wäre ja ich bin ein bisschen verwöhnt jetzt ok muss aber zugeben ein bisschen angenervt bin ich schon das komplett neu anzufangen ein bisschen reizt das mich natürlich auch runter so umbenennen wie ist denn das hier piratenversteck ja denn also da die farbe das ist wieder zurück natürlich lupen wir nicht hinbei weil wir brauchen ganz viel zeug unbekannte ruinen also unbekannt sind die eigentlich auch nicht mehr und wieder hoch ja guck mir wahrscheinlich echt nur fast nur in oberen land das ist ein bisschen blöd mit glück vielleicht noch beim auto und holz sehe ich auch sehr sehr kritisch kommen wir ja Ja, 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 da hin. Oh, das ist ein langer Ding hier. Was haben wir noch? Da haben wir noch einen Schrank. Schatten wir den noch? Nee, 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 komm, ganz schnell. Und da haben wir unsere Flossen. Okay, einfach strength abtauchen geht auch. Okay, das wird hier auch funktionieren. Okay, hab nichts gesagt. So, da haben wir ein Auto. Komm, du hast Reifen dran. Gib mir Gummi. Gib mir mehr. Okay. Krabb wieder mit Ansage, ja? Nehmen wir am besten alle drei, ne? Hä? Hä? Dreckswisch. Jetzt schwimmen doch nicht so schnell. Na, warte. Die haben wir zweimal. Die haben wir, glaube ich auch zweimal jetzt. Oh, 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 oh. Ich muss echt aufpassen. Komm. Hier. Da haben wir noch Auto. Das ist noch. Ich kann auch so, dass ich nicht mehr Gummi. Oh, die auch nicht. Verdammt. Ein bisschen geht noch. Ist das hier so ein Ding zum reintauchen? Nee. Komponenten sind aber auch scheiße. Ich meine, wir könnten uns jetzt zwar selber bauen. Problem ist halt leider nur, dafür brauchen wir Gummi. Das möchte ich dafür jetzt nicht ausgeben. So wie wir jetzt momentan ausgestattet sind, möchte ich auch ungern auf viele Inseln drauf. So aus Gründen natürlich. Das ist... Was bist du? Kühlschrank, ja? Oh, ja. Dich, dich, dich. Ja, nee. Ja, wir brauchen wir nicht. Das sieht noch mal nach Gummi aus. Na toll. Ja. Hier. Guck mal. So. Haben wir drei Platz. Wow. Geht mir noch nicht so viel Gummi. Könnt ihr dran ersticken. Nein. Schau. Ich kann das auch nicht hin. Ja. Ja. Das ist ein gutes Ding Problem. Wollt ihr euch? Ja. Und jetzt geht's noch zu... die angriffe bleiben jetzt nicht so dass wir da keine zeiten haben bei denen greifen die ja strange an ich echt ein bisschen blöd kaum so viel metallscher brauchen wir es aber auch nicht mehr vorher war doch hier ein safe drauf ich werde es so viel mehr so weit ich werde es so viel mehr zurück flippa flippa ok so nee quatsch zwei hier zwei säule ja mann gut haben wir das noch viel gummi haben wir gar nicht oder hier nicht also eisen sieht schon mal gut aus acht gummi haben wir ah nein quatsch bin dumm ich bin so dumm den brauchen wir erstmal warum acht komponenten haben wir auch noch mann ich stelle mich auch recht auf so jetzt haben wir definitiv kein gummi dafür mehr ja scheiße müssen wir irgendwo hin musst du holen natürlich dann streicht er die erst mal wieder aus wie soll ich vier heißt das jetzt kommen nur vier leute so 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 der letzte kippert mit knippel und ja sind vier leute na komm hä ach da hinten das tut mir ist aber leid Aber hey, die Stimme sieht das auch nicht aus. Hat keiner gesehen. Äh, ja. Ja. Es wird schon wieder dunkel, ne? Toll. Da haben wir den Händler. Das sind alles so eine großen Teile. Ah, schön, wir weisen hier. Lass uns mal da gucken. Ich fühle mich jetzt nicht gerade sehr viel schneller. Vielleicht bilde ich mir jetzt auch nur einen. Ah, Mutan. Ne, ich würde erst mal gerne noch so eine Schlage bauen. Damit wir den dann gleich erobern können. So, das war einmal ein Hol... Naja, okay. Ne, ne. Einmal Holzschweer. Zwei Beide. So, zwölf und vier. Okay. Stopp kriegen wir wahrscheinlich drüben, aber... Sicher, sicher. Ja. War jetzt nur zwölf. Das ist blöd. Hm. Halt. Stopp. So. Okay. Hm. Hm. Ähm, dann machen wir mal ein bisschen Grillen. Zu lange noch. Über 20, über 20 Uhr können wir ins Bett. ich glaube das war eine gute zeit hoffe ich wenn ich bin jetzt auf jeden fall gleich raus Entschuldigung, musst du schon wieder niesen, nervt langsam Brutzel, Brutzel Tut das mir weh? Ich bin ein hot boy Toll Ach ja, sorry ah ja doch 20 uhr bis 6 uhr morgens okay mhm ja ok äh kratsch können auch so machen ok nehmen wir das hier da ja ist kalt leck mich doch ja gut also so geht das vielleicht doch ein bisschen schneller drei fässer inseln ja 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 okay ja sieben stück oh ich glaube der ging inzwischen die beiden ja okay nö komm schön so drei fässer insel ja ja machen wir auch blau ja ja auch und ja 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 definitiv scheiße also blau mache ich für so eine inseln wo wir halt eigentlich nur ein bisschen looten können weil eisen sehe ich jetzt auch nicht so wirklich eine schaltplatte 2 und haben die vielleicht noch aber schön dass wir hier oben drauf bauen strategisch ist es eigentlich ein guter ort hier nur hier oben drauf bauen müssen wir eigentlich nur dass sie absichern weil ich glaube nicht dass die hochkommen aber ein zelt haben wir auch hier ja gut da kommen wir halt nicht drauf noch nicht das wäre jetzt nicht das problem und durchlaufen können die auch nicht also hier werden wir natürlich sicher allerdings ist das hier zu klein hinter ein paar kleine sachen können wir hier aber wenn man daran denken an den ganzen strom den wir dann später brauchen das kriegen wir dann hier nicht mehr hin ohne dass die drauf klatschen das lassen wir mal schöner gedanke aber aber jetzt erst recht nicht sehen wir hier noch prozente so 94 dürfen wir mit dem eigentlich euch haben 100 das ding ist leer geprügelt und wir haben null gummi da aber da hatten wir glaube ich auch kein gummi gehabt obwohl die können auch natürlich jetzt schon wieder geändert haben ne so technisch können wir alle vier tage warten und darüber gehen aber erst mal so 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 Komponenten, so, so hießen die, toll, schon wieder Durst, na, müssen wir den Scheiß auch noch geben. Das ist mein, ja, jetzt diese drei Dinger speziell, oder die drei Fesse, die das wirklich drauf waren. Ach, nein, das ist ja um dich zu ärgern. So, hehehehe, okay, was ist das, was ich wundere, wenn ich mal so mache, oder so, weil vom Bildschirm her ist hier ein Zoom drin, dürftet ihr eine Aufnahme auch ein bisschen sehen können, äh, gut, äh, aber, So, das ist doch. Das ist auch so ein großes Ding, Mann. Wir gehen aber mal los an. In der nächsten Folge, also Leute, haut rein, bis morgen, tschüss, tschüss. 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 Tschüss.